Kann beides sein. Im Namen des Vaters, des Sohnes und des Heiligen Geistes. Amen. Pater Pio, Norene, vierter Tag. Pater Pio von Pitra, China, du hast deinen Schutzengel so sehr geliebt, der dir diente als Führer, Verteidiger und Bote. Die Engel brachten vor dich die Gebete deiner Kinder im Geiste. Bitte für uns beim Herrn, damit auch wir lernen, uns unseres Schutzengels zu bedienen, der während unseres ganzen Lebens bereit ist, uns zum Weg des Guten zu raten und vom Tun des Bösen abzuraten. Rufe deinen Schutzengel an, der dich erleuchten und führen wird. Wir beten den Rosenkranz. Der Herr hat ihn dir dazu an die Seite gestellt. Deshalb verdiene er dich seiner. Rosenkranz zum heiligsten Herzen. Im Namen des Vaters, des Sohnes und des Heiligen Geistes. Amen. Ich glaube an Gott, den Vater, den Allmächtigen, den Erschaffer von Himmel und Erden und an Jesus Christus, seinen eingeborenen Sohn, unseren Herrn, der empfangen ist vom Heiligen Geist, geboren durch die Jungfrau Maria, gelitten unter Pontius Pilatus, gekreuzigt, gestorben und begraben, den Abgestiegenen in das Reich der Hölle, am dritten Tag auferstanden von den Toten, aufgefahren in den Himmel. Er sitzt zur Rechten Gottes des Allmächtigen Vaters. Von dort wird er kommen, zu richten die Lebenden und die Toten. Ich glaube an die heilige katholische Kirche, die Gemeinschaft der Heiligen, die Auferstehung von den Toten und das ewige Leben. Amen. Ich glaube an den Heiligen Geist. Ich glaube an den Heiligen Geist. Ich glaube an den Vater und den Sohn und dem Heiligen Geist. So wie im Anfang, jetzt und alle Zeit und in Ewigkeit. Amen. O mein Jesus, bezeih uns unsere Sünde, bewahre uns vor dem Feuer der Hölle, führe alle Seelen in den Himmel, besonders jene, die deiner Barmherzigkeit am meisten bedürfen. Vater unser, der du bist im Himmel, geheiligt werde dein Name, zu uns komme dein Reich, dein Wille geschehe wie im Himmel, so auf Erden. Unser tägliches Brot gib uns heute, und vergib uns unsere Schuld, wie auch wir vergeben unseren Schuldigen, und führe uns nicht in Versuchung, sondern erlöse uns von dem Bösen. Gegrüßet seist du, Maria, voll der Gnade, der Herr ist mit dir. Du bist gebenedeit unter den Weibern, und gebenedeitest die Frucht deines Leibes, Jesus, der in uns den Glauben vermehre. Heilige Maria, Mutter Gottes, bitte für uns Sünde, und überflutet die ganze Menschheit mit dem Gnadenwirken deiner Liebesflamme jetzt, und in der Stunde unseres Todes. Amen. Gegrüßet seist du, Maria, voll der Gnade, der Herr ist mit dir. Du bist gebenedeit unter den Weibern, und gebenedeitest die Frucht deines Leibes, Jesus, der in uns die Hoffnung stärkert. Heilige Maria, Mutter Gottes, bitte für uns Sünde, und überflutet die ganze Menschheit mit dem Gnadenwirken deiner Liebesflamme jetzt und in der Stunde unseres Todes. Amen. Gegrüßet seist du, Maria, voll der Gnade, der Herr ist mit dir. Du bist gebenedeit unter den Weibern, und gebenedeitest die Frucht deines Leibes, Jesus, der in uns die göttliche Liebe entzündet. Heilige Maria, Mutter Gottes, bitte für uns Sünde, und überflutet die ganze Menschheit mit dem Gnadenwirken deiner Liebesflamme, jetzt und in der Stunde unseres Todes. Amen. Ehre sei dem Vater und dem Sohn und dem Heiligen Geist. Wie es war im Anfang, so auch jetzt und alle Zeit und in Ewigkeit. Amen. O mein Jesus, verzeih uns unsere Sünden, bewahre uns vor dem Feuer der Hölle, führe alle Seelen in den Himmel. Besonders jene, die deine Barmherzigkeit am meisten verdürfen. Vater unser, der du bist im Himmel, geheiligt werde dein Name, zu uns komme dein Reich, dein Wille geschehe, wie im Himmel, so auf Erden. Unser tägliches Brot gib uns heute und vergib uns unsere Schuld, wie auch wir vergeben unseren Schuldigen. Und führe uns nicht in Versuchung, sondern erlöse uns von dem Bösen. Gegrüßet seist du, Maria, voll der Gnade, der Herr ist mit dir. Du bist gebenedeit unter den Weibern und gebenedeitest die Frucht deines Leibes Jesus, der in seinem Herzen die Sünden der Welt gesühnt hat. Heilige Maria, Mutter Gottes, bitte für uns Sünde und überflute die ganze Menschheit mit dem Gnadenwirken deine Liebesklamme, jetzt und in der Stunde unseres Todes. Amen. Gegrüßet seist du, Maria, voll der Gnade, der Herr ist mit dir. Du bist gebenedeit unter den Weibern und gebenedeitest die Frucht deines Leibes Jesus, der in seinem Herzen die Sünden der Welt gesühnt hat. Heilige Maria, Mutter Gottes, bitte für uns Sünde und überflute die ganze Menschheit mit dem Gnadenwirken deine Liebesklamme, jetzt und in der Stunde unseres Todes. Amen. Gegrüßet seist du, Maria, voll der Gnade, der Herr ist mit dir. Du bist gebenedeit unter den Weibern und gebenedeitest die Frucht deines Leibes Jesus, der in seinem Herzen die Sünden der Welt gesühnt hat. Heilige Maria, Mutter Gottes, bitte für uns Sünde und überflute die ganze Menschheit mit dem Gnadenwirken deine Liebesklamme, jetzt und in der Stunde der Sünde unseres Todes. Amen. Gegrüßet seist du, Maria, voll der Gnade, der Herr ist mit dir. Du bist gebenedeit unter den Weibern und gebenedeitest die Frucht deines Leibes Jesus, der in seinem Herzen die Sünden der Welt gesühnt hat. Heilige Maria, die Sünden der Welt gesühnt hat, Heilige Maria, die Sünden der Welt gesühnt hat, und überflute die ganze Menschheit mit dem Gnadenwirken deiner Liebesflamme, jetzt und in der Stunde unseres Todes. Amen. Gegrüßet seist du, Maria, voll der Gnade, der Herr ist mit dir. Du bist gebenedeit unter den Weibern und gebenedeitest die Frucht deines Leibes Jesus, der in seinem Herzen die Sünden der Welt gesühnt hat. Heilige Maria, Mutter Gottes, bitte für uns Sünder, und überflute die ganze Menschheit mit dem Gnadenwirken deiner Liebesflamme, jetzt und in der Stunde unseres Todes. Amen. Gegrüßet seist du, Maria, voll der Gnade, der Herr ist mit dir. Du bist gebenedeit unter den Weibern und gebenedeitest die Frucht deines Leibes Jesus, der in seinem Herzen die Sünden der Welt gesühnt hat. Heilige Maria, Mutter Gottes, bitte für uns Sünder, und überflute die ganze Menschheit mit dem Gnadenwirken deiner Liebesflamme, jetzt und in der Stunde unseres Todes. Amen. Gegrüßet seist du, Maria, voll der Gnade, der Herr ist mit dir. Du bist gebenedeit unter den Weibern und gebenedeitest die Frucht deines Leibes Jesus, der in seinem Herzen die Sünden der Welt gesühnt hat. Heilige Maria, Mutter Gottes, bitte für uns Sünder, und überflute die ganze Menschheit mit dem Gnadenwirken deiner Liebesflamme, jetzt und in der Stunde unseres Todes. Amen. Gegrüßet seist du, Maria, voll der Gnade, der Herr ist mit dir. Du bist gebenedeit unter den Weibern und gebenedeitest die Frucht deines Leibes Jesus, der in seinem Herzen die Sünden der Welt gesühnt hat. Heilige Maria, Mutter Gottes, bitte für uns Sünder, und überflute die ganze Menschheit mit dem Gnadenwirken deiner Liebesflamme, jetzt und in der Stunde unseres Todes. Amen. Gegrüßet seist du, Maria, voll der Gnade, der Herr ist mit dir. Du bist gebenedeit unter den Weibern und gebenedeitest die Frucht deines Leibes Jesus, der in seinem Herzen die Sünden der Welt gesühnt hat. Heilige Maria, Mutter Gottes, bitte für uns Sünder, und überflute die ganze Menschheit mit dem Gnadenwirken deiner Liebesflamme, jetzt und in der Stunde unseres Todes. Amen. Ehre sei dem Vater und dem Sohn und dem Heiligen Geist. Wie es war im Anfang, so auch jetzt und alle Zeit und in Ewigkeit. Amen. O mein Jesus, verzeih uns unsere Sünden, bewahre uns vor dem Feuer der Hölle, führe alle Seelen in den Himmel, besonders jene, die deiner Barmherzigkeit am meisten bedürfen. Vater, unser im Himmel, geheiligt werde dein Name, dein Reich komme, dein Wille geschehe, wie im Himmel, so auf Erden. Unser tägliches Brot gib uns heute und vergib uns unsere Schuld, wie auch wir vergeben unseren Schuldigen und führe uns nicht in Versuchung, sondern erlöse uns von dem Übel. Amen. Gegrüßet seist du, Maria, voll der Gnade, der Herr ist mit dir. Du bist gebenedeit unter den Frauen und gebenedeit ist die Frucht deines Leibes, Jesus, der in seinem Herzen die Not der Welt durchlitten hat. Heilige Maria, Mutter Gottes, bitte für uns arme Sünder und überflute die ganze Menschheit mit dem Gnadenwirken deiner Liebesflamme, jetzt und in der Stunde unseres Absterbens. Amen. Gegrüßet seist du, Maria, voll der Gnade, der Herr ist mit dir. Du bist gebenedeit unter den Frauen und gebenedeit ist die Frucht deines Leibes, Jesus, der in seinem Herzen die Not der Welt durchlitten hat. Heilige Maria, Mutter Gottes, bitte für uns arme Sünder und überflute die ganze Menschheit mit dem Gnadenwirken deiner Liebesflamme, jetzt und in der Stunde unseres Absterbens. Amen. Gegrüßet seist du, Maria, voll der Gnade, der Herr ist mit dir. Du bist gebenedeit unter den Frauen und gebenedeit ist die Frucht deines Leibes, Jesus, der in seinem Herzen die Not der Welt durchlitten hat. Heilige Maria, Mutter Gottes, bitte für uns arme Sünder und überflute die ganze Menschheit mit dem Gnadenwirken deiner Liebesflamme, jetzt und in der Stunde unseres Absterbens. Amen. Gegrüßet seist du, Maria, voll der Gnade, der Herr ist mit dir. Du bist gebenedeit unter den Frauen und gebenedeit ist die Frucht deines Leibes, Jesus, der in seinem Herzen die Not der Welt durchlitten hat. Heilige Maria, Mutter Gottes, bitte für uns arme Sünder und überflute die ganze Menschheit mit dem Gnadenwirken deiner Liebesflamme, jetzt und in der Stunde unseres Absterbens. Amen. Gegrüßet seist du, Maria, voll der Gnade, der Herr ist mit dir. Du bist gebenedeit unter den Frauen und gebenedeit ist die Frucht deines Leibes, Jesus, der in seinem Herzen die Not der Welt durchlitten hat. Heilige Maria, Mutter Gottes, bitte für uns arme Sünder und überflute die ganze Menschheit mit dem Gnadenwirken deiner Liebesflamme, jetzt und in der Stunde unseres Absterbens. Amen. Gegrüßet seist du, Maria, voll der Gnade, der Herr ist mit dir. Du bist gebenedeit unter den Frauen und gebenedeit ist die Frucht deines Leibes, Jesus, der in seinem Herzen die Not der Welt durchlitten hat. Heilige Maria, Mutter Gottes, bitte für uns arme Sünder und überflute die ganze Menschheit mit dem Gnadenwirken deiner Liebesflamme, jetzt und in der Stunde unseres Absterbens. Amen. Gegrüßet seist du, Maria, voll der Gnade, der Herr ist mit dir. Du bist gebenedeit unter den Frauen und gebenedeit ist die Frucht deines Leibes, Jesus, der in seinem Herzen die Not der Welt durchlitten hat. Heilige Maria, Mutter Gottes, bitte für uns arme Sünder und überflute die ganze Menschheit mit dem Gnadenwirken deiner Liebesflamme, jetzt und in der Stunde unseres Absterbens. Amen. Gegrüßet seist du, Maria, voll der Gnade, der Herr ist mit dir. Du bist gebenedeit unter den Frauen und gebenedeit ist die Frucht deines Leibes, Jesus, der in seinem Herzen die Not der Welt durchlitten hat. Heilige Maria, Mutter Gottes, bitte für uns arme Sünder und überflute die ganze Menschheit mit dem Gnadenwirken deiner Liebesflamme, jetzt und in der Stunde unseres Absterbens. Amen. Gegrüßet seist du, Maria, voll der Gnade, der Herr ist mit dir. Du bist gebenedeit unter den Frauen und gebenedeit ist die Frucht deines Leibes, Jesus, der in seinem Herzen die Not der Welt durchlitten hat. Heilige Maria, Mutter Gottes, bitte für uns arme Sünder und überflute die ganze Menschheit mit dem Gnadenwirken deiner Liebesflamme, jetzt und in der Stunde unseres Absterbens. Amen. Ehre sei dem Vater und dem Sohn und dem Heiligen Geist, wie es war am Anfang, so auch jetzt und alle Zeit und in Ewigkeit. Amen. O mein Jesus, verzeih uns unsere Sünden, bewahre uns vor dem Feuer der Hölle, führe alle Seelen in den Himmel und komm uns zu jenen, die deiner Barmherzigkeit am meisten bedürfen. Amen. Vater unser, der du bist im Himmel, geheiligt werde dein Name, zu uns komme dein Reich, dein Wille geschehe wie im Himmel so auf Erden. Unser tägliches Brot gib uns heute und vergib uns unsere Schuld, wie auch wir vergeben unseren Schuldigen und führe uns nicht in Versuchung, sondern erlöse uns von dem Bösen. Gegrüßet seist du, Maria, voll der Gnade, der Herr ist mit dir, du bist gebenedeit unter den Weibern, und gebenedeit es die Frucht deines Leibes Jesus, dessen Liebe alle Begriffe übersteigt. Heilige Maria, Mutter Gottes, bitte für uns Sünde, überflute die ganze Menschheit mit dem Gnadenwirken deiner Liebesflamme jetzt und in der Stunde unseres Todes. Amen. Gegrüßet seist du, Maria, voll der Gnade, der Herr ist mit dir, du bist gebenedeit unter den Weibern, und gebenedeit es die Frucht deines Leibes Jesus, dessen Liebe alle Begriffe übersteigt. Heilige Maria, Mutter Gottes, bitte für uns Sünde, überflute die ganze Menschheit mit dem Gnadenwirken deiner Liebesflamme jetzt und in der Stunde unseres Todes. Amen. Gegrüßet seist du, Maria, voll der Gnade, der Herr ist mit dir, du bist gebenedeit unter den Weibern, und gebenedeitest die Frucht deines Leibes Jesus, dessen Liebe alle Begriffe übersteigt. Heilige Maria, Mutter Gottes, bitte für uns Sünde, überflute die ganze Menschheit mit dem Gnadenwirken deiner Liebesflamme jetzt und in der Stunde unseres Todes. Amen. Gegrüßet seist du, Maria, voll der Gnade, der Herr ist mit dir, du bist gebenedeit unter den Weibern, und gebenedeitest die Frucht deines Leibes Jesus, dessen Liebe alle Begriffe übersteigt. Heilige Maria, Mutter Gottes, bitte für uns arme Sünde, überflute die ganze Menschheit mit dem Gnadenwirken deiner Liebesflamme jetzt und in der Stunde unseres Todes. Amen. Gegrüßet seist du, Maria, voll der Gnade, der Herr ist mit dir, du bist gebenedeit unter den Weibern, und gebenedeitest die Frucht deines Leibes Jesus, dessen Liebe alle Begriffe übersteigt. Heilige Maria, Mutter Gottes, bitte für uns Sünde, überflute die ganze Menschheit mit dem Gnadenwirken deiner Liebesflamme jetzt und in der Stunde unseres Todes. Amen. Gegrüßet seist du, Maria, voll der Gnade, der Herr ist mit dir, du bist gebenedeit unter den Weibern, und gebenedeitest die Frucht deines Leibes Jesus, dessen Liebe alle Begriffe übersteigt. Heilige Maria, Mutter Gottes, bitte für uns arme Sünde, überflute die ganze Menschheit mit dem Gnadenwirken mit dem Gnadenwirken, die Gnadenwirken, die Gnadenwirken, die Gnadenwirken, mit dem Gnadenwirken, die Gnadenwirken, die Gnadenwirken, jetzt und in der Stunde unseres Todes. Amen. Gegrüßet seist du, Maria, voll der Gnade, der Herr ist mit dir. Du bist gebenedeit unter den Weibern und gebenedeitest die Frucht deines Leibes, Jesus, dessen Liebe aller Begriffe übersteigt. Heilige Maria, Mutter Gottes, bitte für uns arme Sünde, überflute die ganze Menschheit mit dem Gnadenwirken deiner Liebesflamme, jetzt und in der Stunde unseres Todes. Amen. Gegrüßet seist du, Maria, voll der Gnade, der Herr ist mit dir. Du bist gebenedeit unter den Weibern und gebenedeitest die Frucht deines Leibes, Jesus, dessen Liebe alle Begriffe übersteigt. Heilige Maria, Mutter Gottes, bitte für uns arme Sünde, überflute die ganze Menschheit mit dem Gnadenwirken deiner Liebesflamme, jetzt und in der Stunde unseres Todes. Amen. Gegrüßet seist du, Maria, voll der Gnade, der Herr ist mit dir. Du bist gebenedeit unter den Weibern und gebenedeitest die Frucht deines Leibes, Jesus, dessen Liebe alle Begriffe übersteigt. Heilige Maria, Mutter Gottes, bitte für uns arme Sünde, überflute die ganze Menschheit mit dem Gnadenwirken deiner Liebesflamme, jetzt und in der Stunde unseres Todes. Amen. Ehre sei dem Vater und dem Sohn und dem Heiligen Geist, wie es war im Anfang, so auch jetzt und alle Zeit und in Ewigkeit. Amen. O mein Jesus, verzeih uns unsere Sünden, bewahre uns vor dem Feuer der Hölle, führe alle Seelen in den Himmel, besonders jene, die deiner Barmherzigkeit am meisten bedürfen. Vater unser im Himmel, geheiligt werde dein Name, dein Reich komme, dein Wille gestehe, wie im Himmel, so auf Erden. Unser tägliches Brot gib uns heute und vergib uns unsere Schuld, wie auch wir vergeben unseren Schuldigen und führe uns nicht in Versuchung, sondern erlöse uns von dem Übel. Amen. Gegrüßet seist du, Maria, voll der Gnade, der Herr ist mit dir. Du bist gebenedeit unter den Frauen und gebenedeit ist die Frucht deines Leibes, Jesus, dessen Herz von einer Lanze durchbohrt wurde. Heilige Maria, Mutter Gottes, bitte für uns arme Sünder und überflute die ganze Menschheit, mit dem Gnadenwürgen deiner Liebesflamme, jetzt und in der Stunde unseres Absterbens. Amen. Gegrüßet seist du, Maria, voll der Gnade, der Herr ist mit dir. Du bist gebenedeit unter den Frauen und gebenedeit ist die Frucht deines Leibes, Jesus, dessen Herz von einer Lanze durchbohrt wurde. Heilige Maria, Mutter Gottes, bitte für uns arme Sünder und überflute die ganze Menschheit, mit dem Gnadenwürgen deiner Liebesflamme, jetzt und in der Stunde unseres Absterbens. Amen. Gegrüßet seist du, Maria, voll der Gnade, der Herr ist mit dir. Du bist gebenedeit unter den Frauen und gebenedeit ist die Frucht deines Leibes, Jesus, dessen Herz von einer Lanze durchbohrt wurde. Heilige Maria, Mutter Gottes, bitte für uns arme Sünder und überflute die ganze Menschheit mit dem Gnadenwürgen deiner Liebesflamme, jetzt und in der Stunde unseres Absterbens. Amen. Gegrüßet seist du, Maria, voll der Gnade, der Herr ist mit dir. Du bist gebenedeit unter den Frauen und gebenedeit ist die Frucht deines Leibes, Jesus, dessen Herz von einer Lanze durchbohrt wurde. Heilige Maria, Mutter Gottes, bitte für uns arme Sünder und überflute die ganze Menschheit mit dem Gnadenwürgen deiner Liebesflamme, jetzt und in der Stunde unseres Absterbens. Amen. Gegrüßet seist du, Maria, voll der Gnade, der Herr ist mit dir. Du bist gebenedeit unter den Frauen und gebenedeit ist die Frucht deines Leibes, Jesus, dessen Herz von einer Lanze durchbohrt wurde. Heilige Maria, Mutter Gottes, bitte für uns arme Sünder und überflute die ganze Menschheit mit dem Gnadenwürgen deiner Liebesflamme, jetzt und in der Stunde unseres Absterbens. Amen. Gegrüßet seist du, Maria, voll der Gnade, der Herr ist mit dir. Du bist gebenedeit unter den Frauen und gebenedeit ist die Frucht deines Leibes, Jesus, dessen Herz von einer Lanze durchbohrt wurde. Heilige Maria, Mutter Gottes, bitte für uns arme Sünder und überflute und überflute die ganze Menschheit mit dem Gnadenwürgen deiner Liebesflamme, jetzt und in der Stunde unseres Absterbens. Amen. Gegrüßet seist du, Maria, voll der Gnade, der Herr ist mit dir. Du bist gebenedeit unter den Frauen und gebenedeit ist die Frucht deines Leibes, Jesus, dessen Herz von einer Lanze durchbohrt wurde. Heilige Maria, Mutter Gottes, bitte für uns arme Sünder und überflute die ganze Menschheit mit dem Gnadenwürgen deiner Liebesflamme, jetzt und in der Stunde unseres Absterbens. Amen. Gegrüßet seist du, Maria, voll der Gnade, der Herr ist mit dir. Du bist gebenedeit unter den Frauen und gebenedeit ist die Frucht deines Leibes, Jesus, dessen Herz von einer Lanze durchbohrt wurde. Heilige Maria, Mutter Gottes, bitte für uns armen Sünder und überflute die ganze Menschheit mit dem Gnadenwürgen deiner Liebesflamme, jetzt und in der Stunde unseres Absterbens. Amen. Gegrüßet seist du, Maria, voll der Gnade, der Herr ist mit dir. Du bist gebenedeit unter den Frauen und gebenedeit ist die Frucht deines Leibes, Jesus, dessen Herz von einer Lanze durchbohrt wurde. Heilige Maria, Mutter Gottes, bitte für uns armen Sünder und überflute die ganze Menschheit mit dem Gnadenwürgen deiner Liebesflamme, jetzt und in der Stunde unseres Absterbens. Amen. Gegrüßet seist du, Maria, voll der Gnade, der Herr ist mit dir. Du bist gebenedeit unter den Frauen und gebenedeit ist die Frucht deines Leibes, Jesus, dessen Herz von einer Lanze durchbohrt wurde. Heilige Maria, Mutter Gottes, bitte für uns armen Sünder und überflute die ganze Menschheit mit dem Gnadenwürgen deiner Liebesflamme, jetzt und in der Stunde unseres Absterbens. Amen. Ehre sei dem Vater und dem Sohn und dem Heiligen Geist. Wie es war am Anfang, so auch jetzt und alle Zeit und in Ewigkeit. Amen. O mein Jesus, verzeih uns unsere Sünden, bewahre uns vor dem Feuer der Hölle, führe alle Seelen in den Himmel, besonders jene, die deiner Barmherzigkeit am meisten bedürfen. Vater unser, der du bist im Himmel, geheiligt werde dein Name, zu uns komme dein Reich, dein Wille geschehe wie im Himmel so auf Erden. Unser tägliches Brot gib uns heute und vergib uns unsere Schuld, wie auch wir vergeben unseren Schuldigern. Und führe uns nicht in Versuchung, sondern erlöse uns von dem Bösen. Gegrüßet seist du, Maria, voll der Gnade, der Herr ist mit dir. Du bist gebenedeit unter den Weibern und gebenedeitest die Frucht deines Leibes, Jesus, dessen Herz ein Ozean der Barmherzigkeit für die reumütigen Sünder ist. Heilige Maria, Mutter Gottes, bitte für uns arme Sünder, überflutet die ganze Menschheit mit dem Gnadenwirken deine Liebesflamme jetzt und in der Stunde unseres Todes. Amen. Gegrüßet seist du, Maria, voll der Gnade, der Herr ist mit dir. Du bist gebenedeit unter den Weibern und gebenedeitest die Frucht deines Leibes, Jesus, dessen Herz ein Ozean der Barmherzigkeit für die reumütigen Sünder ist. Heilige Maria, Mutter Gottes, bitte für uns arme Sünder, überflutet die ganze Menschheit mit dem Gnadenwirken deiner Liebesflamme jetzt und in der Stunde unseres Todes. Amen. Gegrüßet seist du, Maria, voll der Gnade, der Herr ist mit dir. Du bist gebenedeit unter den Weibern und gebenedeitest die Frucht deines Leibes, Jesus, dessen Herz ein Ozean der Barmherzigkeit für die reumütigen Sünder ist. Heilige Maria, Mutter Gottes, bitte für uns arme Sünder, überflutet die ganze Menschheit mit dem Gnadenwirken deiner Liebesflamme jetzt und in der Stunde unseres Todes. Amen. Gegrüßet seist du, Maria, voll der Gnade, der Herr ist mit dir. Du bist gebenedeit unter den Weibern und gebenedeitest die Frucht deines Leibes, Jesus, dessen Herz ein Ozean der Barmherzigkeit für die reumütigen Sünder ist. Heilige Maria, Mutter Gottes, bitte für uns arme Sünder, überflutet die ganze Menschheit mit dem Gnadenwirken deiner Liebesflamme jetzt und in der Stunde unseres Todes. Amen. Gegrüßet seist du, Maria, voll der Gnade, der Herr ist mit dir. Du bist gebenedeit unter den Weibern und gebenedeitest die Frucht deines Leibes, Jesus, dessen Herz ein Ozean der Barmherzigkeit für die reumütigen Sünder ist. Heilige Maria, Mutter Gottes, bitte für uns arme Sünder, überflutet die ganze Menschheit mit dem Gnadenwirken deiner Liebesflamme jetzt und in der Stunde unseres Todes. Amen. Gegrüßet seist du, Maria, voll der Gnade, der Herr ist mit dir. Du bist gebenedeit unter den Weibern und gebenedeitest die Frucht deines Leibes, Jesus, dessen Herz ein Ozean der Barmherzigkeit für die reumütigen Sünder ist. Heilige Maria, Mutter Gottes, bitte für uns arme Sünder, überflutet die ganze Menschheit mit dem Gnadenwirken deiner Liebesflamme jetzt und in der Stunde unseres Todes. Amen. Gegrüßet seist du, Maria, voll der Gnade, der Herr ist mit dir. Du bist gebenedeit unter den Weibern und gebenedeitest die Frucht deines Leibes, Jesus, dessen Herz ein Ozean der Barmherzigkeit für die reumütigen Sünder ist. Heilige Maria, Mutter Gottes, bitte für uns arme Sünder, überflutet die ganze Menschheit mit dem Gnadenwirken deiner Liebesflamme jetzt und in der Stunde unseres Todes. Amen. Gegrüßet seist du, Maria, voll der Gnade, der Herr ist mit dir. Du bist gebenedeit unter den Weibern und gebenedeitest die Frucht deines Leibes, Jesus, dessen Herz ein Ozean der Barmherzigkeit für die reumütigen Sünder ist. Heilige Maria, Mutter Gottes, bitte für uns arme Sünder, überflutet die ganze Menschheit mit dem Gnadenwirken deiner Liebesflamme jetzt und in der Stunde unseres Todes. Amen. Gegrüßet seist du, Maria, voll der Gnade, der Herr ist mit dir. Du bist gebenedeit unter den Weibern und gebenedeitest die Frucht deines Leibes, Jesus, dessen Herz ein Ozean der Barmherzigkeit für die reumütigen Sünder ist. Heilige Maria, Mutter Gottes, bitte für uns arme Sünder, überflutet die ganze Menschheit mit dem Gnadenwirken deiner Liebesflamme jetzt und in der Stunde unseres Todes. Amen. Gegrüßet seist du, Maria, voll der Gnade, der Herr ist mit dir. Du bist gebenedeit unter den Weibern und gebenedeitest die Frucht deines Leibes, Jesus, dessen Herz ein Ozean der Barmherzigkeit für die reumütigen Sünder ist. Heilige Maria, Mutter Gottes, bitte für uns arme Sünder, überflutet die ganze Menschheit mit dem Gnadenwirken deiner Liebes Barmherzigkeit und in der Stunde unseres Todes. Amen. Ehre sei dem Vater und dem Sohn und dem Heiligen Geist wie im Anfang, so auch jetzt und alle Zeit und in Ewigkeit. Amen. O mein Jesus, verzeih uns unsere Sünden, bewahre uns vor dem Feuer der Hölle, führe alle Seelen in den Himmel. Besonders jene, die deiner Barmherzigkeit am meisten bedürfen. Im Namen des Vaters, des Sohnes und des Heiligen Geistes. Amen. Gelobt sei Jesus Christus. In Ewigkeit. Amen. Maria, mit dem Kinderlieb uns allen deinen Segen gib. Amen. Amen.